Ach, hier, guck, ey. Warum rennt er denn plötzlich weg? Guck mal, er versucht noch zu schwimmen, meiner. In Slowmotion. Geil. Wie machen wir das? Du musst mal herkommen. Okay, ich hab den Ovi-Rab dort. Alter, guckt ihr an hier. Oh, die Tür ist rückend. Der guckt mir jetzt schon leid. Oh, du fickt nichts ab. Wer überlegt das? Nein! Irgendwas stammt. Was? Oh Gott, was kommt da? Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Alk. Hallo! Wir wollten nochmal kurz Danke, Danke, Danke sagen für gestern für den Stream. Der war richtig geil. Oh ja, das war er. Ja. Oh Leute, ich muss euch kurz was zeigen. Ey, der Vogel hier. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ich lieb ja schon das hier, wenn er so rückwärts geht. Guck mal, das kann ich auch wie du. Siehst du das? Ach, kannst du auch? Yeah. Los, wir werden näher. Wir werden den Boden. Wir dürfen den Boden nicht berühren. Und! Yes! Genau, knapp vor dem Boden. Ey, das sind perfekte Künstler. Sie zittern schon ein bisschen, aber sie schaffen's. Geh nicht, Bruck! Äh! Geh nicht, Bruck! Geh nicht, Bruck! Geh nicht, Bruck! Okay, wir haben kurz was gemacht. Ähm, genau, ich wollte jetzt ganz kurz mehr Dünger reintun. Ich bin gleich wieder da, ja? Ja, ja! Ich will kurz gucken, wen ich jetzt hier die Scheiße abdrücke. Äh, nehmen wir den Rino. Der müsste eigentlich ziemlich gute Haufen machen, oder? Ja! So, gib mal her. Achso, die hab ich schon. So, zwei scheiße Dinger hab ich schon gefunden. Ich hab sogar mehr schon gefunden, weil die... Ich hab einen Platz gefunden, wo man gute Fotos machen kann. Echt? Hä? Alter! Warum geht der nicht scheißen? Eigentlich müsste der jetzt ein bisschen losscheißen, weil ich... Ich drück das ziemlich runter von dem. Ah! Jetzt hat er hier. Jetzt hat er ein Häufchen gelegt. Ich hab so viele Fotos grad gemacht. Mal gucken, welches von ihm gut aussieht nachher. Oh, ich muss auf jeden Fall diesen... Wir brauchen diesen Fi... Fiomia, oder wie der heißt. Ein Fettsack? Ja. Fettsack. 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 Ich geh mal kurz um Giga. Der gibt bestimmt mehr Scheiße hier. Hast du die Tränke eigentlich jetzt hergestellt? Ja. Super. Wir haben jetzt genug Tränke. Wir wollen jetzt die Frösche kurz tame. Ein Ei hab ich gerade gefunden. Das flog einfach in der Luft rum. Also von daher haben wir es gleich mitgenommen. Und das Ei war auch noch von einem Quetzel. Da haben wir gedacht, der kommt jetzt jeden Moment hier vorbei. Oh! Der Spino hat Scheiße richtig runtergeschissen, ey. Der Spino oder der Giga? Äh, Giga, Giga. Was sag ich denn? Was sag ich denn hier? Okay, ich bring das jetzt kurz hin. Oh, die kämpfen da immer noch. Oh! Dead Ass. Dead Ass. Oh! So, rein damit. Was denn, was denn? Hier ist noch ein Alpha Diabill, den können wir tame. Das ist ein Weißer. Guck mal kurz bei mir. Oh, warte, den will ich kurz angucken. Warte, warte, warte. Gleich, ich komm mir gleich. Ich komm so schnell. Ein Weißer mit schwarzen Füßen. So, jetzt. Wo ist denn der genau? Boah, ich mach Gift. Ich mach Gift. Ähm, pass auf. Hey. Hier. Du siehst mich bestimmt, ne? Auf dich zu fliegen. So. Ne, warte, warte. Ich bin hier kurz mit Dings noch beschäftigt. Ich muss die Scheiße verteilen, ja? Pass auf, ich pack dich jetzt, ja? Nein, nein, nein. Hier, los. Ja, dann komm her. Wo bist du denn? Da? Zeig mal, zeig mal, zeig mal, zeig mal. Du siehst ihn bestimmt schon. Da am Wasser. Jo. Geil. Der sieht doch gut aus. Hohohoho, Digga. Du kommst noch in unserer Sammlung. Kann ich den packen? Glaubst du? Ne. Oh, hier, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal bei mir. Der sieht richtig gut aus. Hast du gerade gesehen? Ja. Was denn? Oh, ein Eifchen wurde ge... Ey. Der sieht richtig gut aus. Ist richtig... Ach Sünde, guck mal den kleinen Parra an. Den, den... Warte, 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 warte. Was denn, was ist da? Ach Gottchen. Der kleine Trike hier? Nein, guck mal, was ich hier habe. Was denn? Den habe ich gerade gerettet. Was ist denn das? Oh, warte. Nein, nicht töten. Ne, warte, ich kill ihn, ich kill ihn, ich kill ihn, kill ihn. Keine Sorge, keine Sorge. Bring ihn zu uns, Sünde. Keine Angst. Der ist so klein. Oh, Sünde. Ja, tu ihn da bei uns in Gefangenschaft rein. Der ist süß. Nicht in Gefangenschaft, der läuft jetzt bei unseren Babys mit rum. Oh, ich hasse das, wenn... Ich mache das jetzt ganz einfach. Ich mache das jetzt richtig einfach. Digga, du kannst unseren Babys nicht. Ich hoffe, ich verrecke nicht. Gesellschaft, Leute. Komm hierher, komm hierher. Ah. Komm hierher, komm hierher. Wosa, wosa. Ach, einfach nach oben ziehen. Leute, tröte die nicht, er ist noch klein. Ach, da ist er. Ich habe gedacht, der kommt auf mich zu. Ach Gott, den ist der Knobel. Ist gut. Hä? Alter, wang... Oh, was er für kleine Strap... Stampfer macht, so. Puff, 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 puff. Oh, der, der, der Demorphodon hier hat es drauf ein bisschen. Oh, er haut ab. Er hat Angst. Alles klar, wollen wir jetzt... Ach, was ich euch noch zeigen wollte. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Eigentum... Oh, der, äh, grüner Raptor greift ihn an. Er kommt zurück, er kommt zurück, er kommt zurück. War klar. Er kommt zurück. Ey, den muss ich den... Down mit denen, down mit denen. Auf jeden Fall, ey. Ach, das dauert viel zu lange mit ihm. Was dauert zu lange? Das... Das Tame, oder was? Ey, das kann ich... Oh, Gigantopithecus, er hat mich verletzt. Keine Ahnung. Ich habe nichts bekommen. Ich habe nichts bekommen. Der Demorphodon, ne? Der regt mich gerade so auf. Welcher jetzt? Dieser, der da rumfliegt, oder was? Ja, der hier. Ich töte den, ja? Oder willst du den haben? Nö. Oh. Oh, gut. Halt, ich wollte gerade sagen, ey. Was geht denn ab hier? Kleiner Schiffer, wo bist du hingelaufen? Ach, komm, den lasse ich jetzt einfach da. Soll er jammelig verrecken? Hallo? Wo bist du? Kleiner Schiffer. Da, das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Guckt mal, ich habe noch nie gesehen, dass ein Eigentum im Wasser schwimmen kann. Aber... Oh nein. Dö, 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 dö. Er kann unter Wasser atmen. Er kann es. Ich glaube, der ist der Boss von den Argenteros-Vögeln. Ey, ich sehe gerade. Oh nein, der ist verschwunden. Hier ist ein Snowbeaver. Ah ne, da drüben ist noch einer. Oh, der wurde getötet. Badass Kastroids. Komm mal mit, Digga. Bevor hier noch alles stirbt. Ach, da ist er. Ich stecke den fest aufs Wind. Egal, ist gut für mich. Ich nehme mal einen Snowbeaver mit, ne? Den tamen wir aber jetzt nicht. Den tamen wir den anderen mal, wenn wir die anderen mitnehmen. Den tue ich jetzt wirklich nur da rein. Damit er in Sicherheit hält. Das ist der einzige, den wir noch nicht haben, ne? Ach, wie er guckt, ey. Was hat er denn? Warum rennt er denn plötzlich weg? Guck mal, er versucht noch zu schwimmen, meiner. In Slowmotion. Geil. Hast du hier irgendein... Der Diva greift nicht an, ne? Nein. Und was wolltest du sagen? Habe ich hier irgendwo ein? Ach so süß. Bleib stehen, mein Kleiner. Jo, er ist unten. Ich tu dir doch nix. Nicht weg, Rimm. Bleib hier. Kannst du mir mal die... vier Stück? Vier Tränke? Also zwei Stück noch geben? Ja, ich komme zu dir. Weil ich will die jetzt tame. Oh, der soll ein bisschen Energie kriegen. Wo bist du denn? Hier unten, rechts, rechts. Ach, du bist schon hier. Ich bin hier. Ja. Nee, nee, nee. Ähm. Ja. Oh, you. Ein kleines Geschenk. Was denn? Was denn? Hab ich gerade rausgeworfen. Wo? Das ist draußen. Ja, wo? Das muss doch hier liegen. Nein. Du hast nichts rausgeworfen. Ich hab dir fünf Stück rausgeworfen. Nee, ernsthaft. Ist nicht hier. Das muss doch hier sein. Ich hab's gerade eben hier hingedroppt. Ist aber nicht hier. Oder hab ich's in den Vogel gepackt? Oh, ups. Nicht dein Ernst. Da. Wo? Jetzt hab ich's da hingeschmissen. Da. Hier. Mann ey. Das soll... Komm hierher. Du hast noch nicht mal mit dem Vogel ne Chance gegen mich. Sicher? Ganz sicher. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ähm. Haben wir hier kurz ein kleines Potenzielles, was ich töten kann. Mist ey. Ich hätte sie gern getroffen. Was hab ich denn da gehört? Was? Oh, hast du gehört? Der Bieber hat gesprochen. Naja. Der hat gesagt, der wollte dich treffen. Ey. Die Biebers sehen ja richtig gut. Ach hier, der kleine Süße hier. Der ist auch ein Baby. Ein Jungtier. Ähm. Den müssen wir mal hier rauspacken, ne? Aber wo ist der Babypache jetzt gerade hin? Okay. Also das Jungtier. Das ist voll knuffig. Ach, die müssen wir erstmal down machen. Was würdest du sagen? Würde ich mit dem Sperr... Ach... Ach Gott. Ich wär jetzt richtig gestorben. Oh oh. Das hab ich ja gar nicht bedacht. Das... Das... Wie machen wir das? Du musst mal herkommen. Ach hi, Oviraptor. Nein! Komm zurück! Okay, ich hab den Oviraptor. Den kann ich von außen tame. Fertig! Kannst du auf ihn reiten? Warte, warte, warte. Ich kann auf ihn reiten, ja. Geil! Geilo! Alter! So, komm mal mit hier. Ähm. Ja. Ich muss... Ich muss... Warum? Ah ne, ich brauch ihn gar nicht. Brauch das Tor gar nicht aufzumachen. Ich komm hier grad nicht weg. Was machst du denn da? Ich schwebe. Eine Runde. Okay. Ich kusche mit den Dimorphodon-Babys. Jungtieren. Ovi, rauskomm. Yes! So, hier haben wir Ovi. Hier, du wolltest doch immer eine haben. Du hast dich doch schon immer gefreut, dass... Ich komm hier nicht weg. Wegen Ovi. Wo bist du denn? Ich steck zwischen den Dilos. Die Dimorphodon zieht fest. So, ich pack dich. Ach stimmt, die wollte ich euch noch zeigen. Ich muss aber kurz die Gary rausholen. Warte. Hab ich dich? Ja! Huah! Huah! So, geht doch. Wir hatten eigentlich noch diese Folge was anderes vor. Das machen wir aber noch. Oh, der Spino! Was denn? Sieht geil aus, ne? Ach ja, der heißt Tenno Blessa, aber ich werde ihn nur Tenno nennen. Ich werde von dem Spino hier. Ach! Ups! Digga, dich hab ich da gar nicht gesehen. Alter, den kann man nicht übersehen. Ich hab gedacht, das wäre ein normaler. Krass! Aber hier! Oh, Speicher. Hast du gesehen, unser Baby? Das ist die Schlange. Baby? Die ist schon so groß wie eine ganz normale Schlange. Doch, den hab ich das Ding gerettet. Mit dem Baby Pachy, den sie so süß fand. Dann, der ist ausgewachsen. Der ist komplett fertig. Oh, da können wir sogar... Oh! Super! Und hier die Dimorphodons. Die sind jetzt auch fast fertig. Adolescent. Adolescent. Ich hab keine Ahnung, wie das richtig aussprungen wird. Kurz vorm Erwachsenwerden sind sie, ja? Krass. Aber die sehen aus wie Lizzy und White Prince, ne? Ja. Der wird doch den Namen wieder kriegen. Nein, das sind umgekehrte Geschlechter. Okay, die Spinne... Wie die aussieht wie Lizzy, das ist ein Männchen. Die Spinne geht hier auch langsam unter. Äh, du bist jetzt damit mit einverstanden, wenn wir jetzt da hinfliegen, ja? Wohin? Du weißt schon wo, aber pscht. So, Leute, wir sind jetzt kurz... Ich sag mal, wir bewegen uns kurz irgendwo hin. Wir versuchen dort auch zu leveln, weil dieser Argentaurus und das... andere brauchen ein paar Level. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Also, bis gleich! Fotobomb! Hui! Hehehehe! Hehehehe! 10 Sekunden 1 1 1 2 1 3 2 2 2 Jo, da sind wir wieder. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es euch schon vorstellen könnt, aber... Ja, die Dino. Ich weiß nicht, wie nennt man die denn? Dino Island? Todesinsel? Skeletteninsel? Ich weiß so weit, Todesinsel. Todesinsel. Boah, eben gerade, Ark ist irgendwie bei mir stehen geblieben. Ich weiß gerade nicht, was bei meinem PC ist, aber kann sein, dass er sich noch nicht vom Stream erholt hat. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier leveln können. Ich glaub nicht. Wollen wir unten im Wasser leveln? Pass auf, kein einziger Star. Eigentlich müsste hier Musik kommen, ne? Ja. Doch, ich hör Musik. Und hier laufen mehrere Dodos rum. Auf die, du... Ich will mal kurz gucken, wie viel die vom Angriff her drauf haben. Komm, Kreisantreffern. Gehen. Die schaffen wir. Wollen wir die mal alle auf einen Fleck holen und alle töten? Warte mal, kannst... Können wir die tamen? Nein. Ach, schade. Komm, wie sie hinlaufen. Äh, hinterher laufen. Meine Kinder. Guckt euch meine Kinder an, Leute. Geil. Alter, nee, ey. Aber die schaffen wir nicht, ne? Komm mal, hab ich einen gepackt? Nee. Kannst du nicht packen. Los, komm, wir schaffen die. Alter, ich muss in der Luft bleiben. Ich seh es jetzt. Die haben schon, äh, mehr als ein Viertel bei mir abgezogen, ungefähr. Nee. Alter, krass. What the fuck? Hier, es kommt noch mehr, es kommt noch mehr. Was ist denn hier noch so drauf? Knochendinos. Alles Knochendinos? Irgendwo müssen Knochendinos zusammen sein. Weil ich seh ja gerade nichts. Ich seh hier einen Algen Terrace. Aber das sind normale. Kann das sein? Oh, die hemmen, wenn dann ein großes Level. Die sterben auf jeden Fall. Ich muss kurz Fleisch essen, damit ich überhaupt ein bisschen habe. Ach, du bist da oben drauf. Ich will mal mehr sehen. Mist, ey. Das schaffen wir hier ja komplett gar nicht. Alter, guck dir an hier. Oh, der T-Rex wird mir, der tut mir jetzt schon leid. Der sieht aber gut aus, der ist schwarz. Oh, du kriegst nichts ab. Der überlebt das. Wie sehen die denn jetzt aus? Hallo, meine Kinder. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Scheiße. Oh, jetzt geht's auf ihn los. Oh, hier, warte mal. Was ist hier? Ach Gott, wie fies ist das? Ich erlöse dich. Hier sind aber nur Dodos, ne? Ich bin erlöse. Irgendwie? Ja, irgendwie schon. Oh, Leute, wie schafft man das denn hier? Hier ist was Totes. Ne, irgendwie, wo ist denn hier die Höhle? In der Luft, den Agent Hervist down gemacht. Yeah. Hey. Hä? Wo ist denn die Höhle? Hier, pass auf. Siehst du mich? Nee. Komm mal da hinten, wo der Strahl ist, hey. Ja. Komm mal zu mir. Siehst du mich hier? Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Unter mir. Da. Genau unter dir. Können wir mit den Vögeln rein? Weiß ich nicht, aber... Das speichert, das speichert. Es ist mit sehr viel Wasser. Da bräuchten wir, wenn dann die Schwimmausrüstung, glaube ich. Wie ist mit sehr viel Wasser? Lass mal versuchen rein. Nein. Das geht nicht. Und die können wir noch nicht mal draußen lassen. Nee. Guck mal, guck mal, guck mal, wie sie angerannt kommen. Wie sie angerannt kommen. Aber nicht zu mir, ne? Oh, ich wollte gerade sagen, ansonsten wäre die jetzt tot gewesen. Oh, wie viele. Alter, wie kriegt man die tot? Lass mal versuchen, welche zu töten. Du musst nur hoch genug sein. Treffen wir welche? Ja, wir treffen welche. Wenn wir die sterben, also töten könnten. Alter, ich bin fast tot, ey. Ja, pass auf den Vogel auf, bitte. Bitte, der darf nicht sterben. Okay, das war's für mich. Ich versuche jetzt irgendwas... Oh Gott! Du hast genau so viel Leben wie ich, ey. Scheiße! Das nenne ich eine Dodo-Mafia hier. Mafia? Das ist doch keine Mafia, das ist... Alter, krass. Warte mal, ich will die mal von nahen sehen. Wählen jetzt die Dodos? Ja. Okay. Ich will mal kurz gucken, ob ich hier eine erwische. Ho, 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 ho. Ich will die eventuell als Thumbnail nehmen, aber da muss ich jetzt kurz gucken, ob ich hier eine erwische. Das schneide ich kurz raus. So, Leute, herzlich willkommen wieder zurück. Hallo! Und zwar, wir haben uns entschieden, das bringt da nichts, wir kriegen da keinen Tod. Thumbnail habe ich in der Tasche, hoffentlich, weil wir konnten nicht runtergehen. Ich hoffe, ich habe da irgendein Bild, was ich benutzen kann. Das sind viel zu viele Dodos, die dort sind. Viel zu viele. Ja, komm, wir leveln jetzt einfach ganz normal. Wir müssen jetzt halt ein bisschen unsere Dinos mal ein bisschen leveln. Darf ich mal, ich zeige dir jetzt mal, was trifft das. Ich werde die zu blöde. Was willst du mir denn zeigen? Der Raptor sieht doch mal sexy aus. Guck mal, die Farbe von dem. Warte, ich gucke, ich gucke. Ich habe den gerade gesehen. Warte mal. Ja, Lila, ne? Pass auf, guck mal, guck mal, guck mal, pass auf. Bam! Sünde. Und down. Oh, der sieht gut aus. Wer? Guck mal. Ja, weiß mit braunen Haaren. Er greift dich aber an, hast du gesehen? Ich packe ihn noch nicht mal und er will mich töten hier. So, also wollen wir jetzt einfach kurz ein bisschen leveln, oder was? Ja, klar, auf jeden Fall. Hier, da, die Enten. Die Enten? Wo sind die Enten? Die Affen da. Die, 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 die ollen Viecher da. Komm, schlaf ein. Alter, das sieht immer so gut aus, wenn du angreifst, ne? Oh, sie fliegt. So, er ist gekillt. So, auf zum Berg. Wollen wir mal gegen Giga? Also ich. Viel Spaß beim Sterben. Warum? Au revoir. Der müsste doch einen Giga-Schlag abhaben. Also der müsste das da aushalten, oder? Wer weiß. Oder was denkst du? Ich glaube nicht. Ach, hör auf. Der müsste das doch schaffen, oder? So, erstmal zack hier rauf. Da muss ich doch gucken, was da drin ist. Ich höre hier einen Affen. Oh, kann man mitnehmen. Der kann ja eh viel tragen. Die Rival-Sachen da drin auch. Die hier? Die Anunnaki. Ne, da waren Anunnaki-File. Weil die können wir ruhig jetzt, das kann ruhig weg hier. Weg damit. So, ich hoffe, der kann mich auch tragen. Ja, geht doch locker. Ach, und Leute, ey. Wir haben jetzt ein bisschen was von der Map gesehen. Also ich muss sagen, manche Dinos spielen verrückt. Pedranodons gibt es ja wie Sand am Meer. Und die Biber, ey. Die Biber-Boch. Auf ein Quetzel. Ja, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ach, wir sind hier gleich im Schneegebiet. Radusch, radusch, radusch. Wir haben sogar bestimmte Pedranodons gesehen. Die werden wir uns eventuell auch holen. Kommst du mit? Du siehst da, wo ich bin, ne? Ja, nee. Nein. Weißt du? Nee, ich tue nur so. Nice, klar. Oh, hier, guck mal, Alpha. Oh, alles schön. Und sehr viele Raptoren sind auf dem Berg. Schade, wo... Was ist denn das Gelbe da? Wo? Ach, sind ein Deodiktor. Soll ich mal gegen Giga kämpfen? Mach doch. Einfach nur mal versuchen. Ja. Meiner hat jetzt... Warte. Der hat... 16.000 Energie. Das müsste er doch... Einen Schlag müsste er doch abkennen, oder? Ja, nee. Ich hab aber Angst irgendwie. Ich hab Angst um meinen Algi. Schreib mal an, Giga. Ah, den kann ich töten. Eventuell. Nee, der hat zu viel Energie. Nee, nee. Ha, bye, bye. Nee, kommen wir. Viel Spaß mit deinem Frässchen. Ab zu uns ins Lager, so ein bisschen in der Richtung. Wo ist denn eigentlich dieser Gorilla hin? Der war doch auf dem Berg. Wir haben einmal... Oh, der Giga da unten, wie sieht der aus? Ach stimmt, was war unser Giga eigentlich? Ein Mensch. Wollen wir in der nächsten Folge noch ein Giga holen? Ja, ein Weibchen. Damit wir noch einen fahren können. Lieder, 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 Lieder. Guck mal, ich hab hier schon mein Traumobjekt. Wo denn? Hier oben. Wo denn? Ich komme, ich komme, ich komme. Die Farbe von dem ist cool. Oh, hier sehen mehrere richtig cool aus. Oh, hier, guck mal, ein Dominos, so ähnlich. Ja, den grauen mein ich ja. Ach, den meinst du? Ja. Ja. Wie wollen wir das machen? Pass auf, wir leveln jetzt kurz noch hier unten, ne? Dann, ich würde mal sagen... Oha, die Gigas haben gebrüllt. Die rennen hier hinterher, glaube ich, ja. Ja, aber die lassen gleich nach. Die lassen gleich nach. Wir leveln jetzt kurz. Also in der nächsten Folge würde ich jetzt sagen, wir zählen uns da ein Giga. Vielleicht nehmen wir sogar mehr mit. Du müsstest den eigentlich mit einer eigenen Terrors voll viele down kriegen, oder? Ja, ist klar, mit meinem wenigen nehmen. Ich hab nur 6.000 noch was Energie. Oh, der sieht ja schön aus. Aber egal, den brauchen wir, ne? Okay, ist ein normaler Kano. Das machen wir noch, das machen wir noch. Ähm. Ich will noch so viele Dinos holen, ne? Aber ich glaub, das schaffen wir in dieser Staffel gar nicht, oder? Oder was würdest du sagen? Nee, schaffen wir auch nicht. Bigfoot, herkommen. Bigfoot? Ach, er lebt doch noch. Ich hab gedacht, er wäre jetzt tot. Oh yeah. Fett krass an, äh, XP sammeln. Oh yes. Oh, oh, was ist das für ein Affe? Du weißt. Wie war es für ein Affe? Hier, guck mal, guck mal, guck mal. Es gibt doch von den Anunnaki, es gibt das... Okay, ist ein normaler, aber guck mal, wie der aussieht, ey. Pass auf. Warte, ich, ich seh dich, ja? Ja, wo denn? Ach, da. Guck dir den mal an, der sieht voll gut aus. Hi, Apu. Ja, kannst du ja mitnehmen, wenn du willst. Ich hab ihn jetzt pein lassen. Den lass ich am Leben. Oh. Hey, den lass ich am Leben, das ist schon nett genug, ja? Ey, ist das nicht die Gegend, wo wir das allererste Mal in Giga gesehen haben? Ja. Ja. Also weiß ich nicht. Und aus einem Giga wurden Hunderte. Nein, nicht Hunderte, ein bisschen mehr. Ja, aber das schaffen wir echt gar nicht. In dieser Staffel wirklich alles zu... Und da fliegt er. Wie soll ich das sagen? Ah, Scheiße. Hier musst du hochgehen. Waren hier nicht die... Oh, nee. Oder? Doch. Ey, hier waren doch die Dings. Die Alphas. Wo? Die hast du doch hier in der Nähe. Die sind doch hier in der Nähe. Welche Alphas? Genau. Die Giga-Alphas. Ach, echt? Hier sind wir? Ja, ich glaub schon. Oh, ja. Oh. 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 Wo ist er denn hier? Ich glaub, der ist verschwunden. Alter, Indominos! Was? Geil. Ganzhaft. Ich brauch kurze Pause. Der ist aber grün, eher so. Der ist nicht wie in Jurassic Park. Oh, genau, jetzt muss speichern, ey. Krass. Ich komm mal. Geil. In green. Oh, da hinten ist noch eine Spinne. Oh, warte mal. Wir müssen den wegbringen von den Alpha. Der Alpha-Giga ist aber weg. Kann das sein? Hat der Indominos ihn getötet? Der hat sich verdunisiert. Wo ist er? Wo ist er? Wie viel Level hat er? Wie viel Level hat er? Ähm, bei mir ist das Spiel stehen geblieben. Okay, alles gut. Er hat Level 8. Oh, der ist aber hesslich. Egal. Du bist ja grün. Nein, du bist ja nicht weiß. Digga, du bist total hässlich. Den können wir anmalen. Digga, du bist so hässlich. Kannst du sehen, wie stark ist er? Na, er geht. Da hinten ist er, da hinten ist er Alpha. Ne, ne, ne. Das ist ein anderer. Hatten wir eingesichtet oder zwei? Weil das ist ein anderer Alpha. Der ist heftiger. Oh, ein Baum fliegt. Oder der wollte... Wie, der ist heftiger? Den muss ich mir angucken. Wo ist er denn? Der sieht krass aus. Oh, ich hab gar nicht bemerkt. Ich bin zur Hälfte tot. Alter, wir haben den Indominus. Thumbnail. Ich brauch einen Thumbnail von dem. Alter, hörst du das rumstampfen von dem? Lenk ihn mal ab. Ich brauch einen Thumbnail. Von dem brauch ich einen. Oder? Warte. Ich glaub, ich krieg von denen einen. Geil. Oh, hat gebrüllt. Ne, von denen hol ich ja. Also, Leute, wir müssen... Ich will jetzt kurz den Alpha... Ist das hier der Alpha? Nein. Er fliegt einfach mal so eben. Wo ist denn der andere Alpha jetzt? Alter, der stampft anders. Ich weiß es nicht. Der sieht auch so voll komisch aus. Also, dazu muss ich kurz sagen bei Indominus. Ich hab den einmal bei meinem Bruder. Der hat ja einen Server gehabt. Da hatte ich ihn kurz einfach mal hergeholt. Der kam nur in derselben Farbe vor. Aber jetzt... Keine Ahnung. Der ist ein anderer. Alter, der sieht krass aus. Hey, ist das... Der ist verletzt. Oh Gott. Mag er dich? Mag er dich? Mag er dich? Ich war... 102. Hey, der hat aber Wunden an Körper. Ey, der sieht so krass aus, ne? Lock ihn mal raus. Ich soll ihn rauslocken kurz? Oh mein Gott. Oh Gott. Ich komm mit ihm. Eventuell. Ne, er kommt nicht. Er steht immer. Hat er Angst? Weiß ich nicht. Er sieht so eingeschüchtert. Oh Gott. Oh, jetzt aber jetzt aber, oder? Ne, er strompelt einfach weiter. Oh Gott. Ich hab... Ich wusste grad gar nicht, was ich drücken sollte. Oh Gott. Ne, aber der ist krass. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er, da ist er, da ist er. Kurz mal folgen. Alter Schäde. Der gefällt mir. Irgendwas stampft. Was? Oh Gott. Oh. Was kommt da? Was kommt da? Was war das? War das im Dominus Rex, oder? Irgendwas ist mir gerade verfolgt. Also. Was war das? Das muss ich jetzt kurz gucken und dann würde ich mal sagen, war es das schon von der weiteren Folge Ark? Der Dominus war das. Echt? Der ist dir gefolgt? Der ist mir gefolgt, ja. Krass, Alter. Hab ich mich verjagt. Also Leute, das war's hier von der weiteren Folge Ark. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Alter Schäde, das... Oh. In mein Herz ist in eine Hose gerutscht. Herzinfarkt. Ne, also auf jeden Fall war's das hier von der weiteren Folge Ark. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Wir haben in Dominus gesehen Alpha 9. Ich weiß nicht, ich hab nicht mehr im Kopf, ob wir zwei Stück gesehen haben oder nur ein. Oh, jetzt stört die mich hier noch am Ende. Naja, egal. So, Insekten weg. Wenn sie euch gefallen hat, die Folge, lasst doch einfach ein Like oder ein Kommi da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung.at Untertitelung.at Untertitelung des ZDF, 2020